Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Movie Cannibals. Servus, Wühltisch-Werner. Hallo. Hallo, 99 Centil. Und ich bin der Sven. Ich führe euch durch diesen Murks. So, unsere kulinarische Reise ist dieses Mal sehr übersichtlich. Wir hätten zweimal Spanien im Angebot und einmal die USA. Doch zuerst Last Watch. Werner, was hast du dir Empfehlenswertes in letzter Zeit angeschaut? Ich war vergangenen Freitag im Kino und habe mir dort ein schönes Doppel gegeben. Um 20 Uhr sind wir in das erste Omen gegangen. Ein sehr empfehlenswerter Horrorfilm kann ich euch sagen. Gerade wenn ihr nicht nur diesen typischen Jumpscare-Müll haben wollt, sondern mal ein bisschen eine gute Geschichte dabei. Dann schaut euch das erste Omen an. Und anschließend um 22.30 Uhr haben wir dann direkt Monkey Man angeschaut, der auch richtig gut war. Der hat jetzt zwar nicht von vorne bis hinten nur Action, der hat so ein paar ruhige Phasen, aber die Action, die es gibt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend gibt es auch da eine ganz klare Empfehlung von mir. Ja, zwei richtig gute Filme. Wobei ich bei Monkey Man tatsächlich von Stu gewarnt worden bin von wegen zu wenig Action. Na, zu viel ist es nicht. Zu wenig kann man drüber diskutieren, aber die Qualität stimmt. Und in Summe ist der Film auch mit nicht maximaler Action immer noch mehr als sehenswert. Immer noch gute Unterhaltung. Ja, ich bin da auch vorsichtig interessiert bei dem. Den Trailer fand ich tatsächlich echt, echt cool. Ja, eben. Also ich fand nämlich auch den Trailer von Farang cool. Und der Film ist Schrott. Also nicht Schrott. Komisch, dass du das sagst. Aber ja, das ist einfach zu wenig. Ich meine, der Schluss ist geil. Dann gibt es eine ziemlich geile Szene im Fahrstuhl. Aber bis dahin ist es mehr Drama als Action. Farang ist bei uns auch gefallen am Wochenende. Wo wir den gesehen haben, habe ich gesagt, dieser Monkey Man ist das, was ich mir von Farang erwartet habe. Kein Meisterwerk, aber ein guter Actionfilm mit coolem Underground-Hintergrund. Also Farang war auch der Vergleich, der am Wochenende gefallen ist, weil Monkey Man der bessere Farang ist. Ah ja, das ist doch schon mal gut. Ich habe beinahe noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, ja. Ich habe nicht viel gesehen. Ja, ich muss mal hier ausfiltern von den Sachen, die wir besprechen, weil mein Steam Deck läuft gerade auf Hochtouren. Und ich komme nicht so viel. Und ich gucke viel Anime im Moment. Ich habe jetzt wieder Crunchyroll für mich entdeckt. Bin da so ein bisschen Chainsaw Man. Übrigens, was also bezüglich Gore. Alle Anime-Fans, das ist ganz großartig. Da wird zersägt bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ansonsten, ja, ich habe jetzt Fluch der Karibik 5. Damit kann ich natürlich jetzt nicht prahlen. Aber meine Tochter fährt halt auf Fluch der Karibik ab und wir haben jetzt die Reihe abgeschlossen. Und selbst meiner Tochter, die wird jetzt erst 10, ist aufgefallen. Irgendwie klingt der Hauptcharakter hier, die weibliche, irgendwie als hätte sie keine Lust. Deswegen, das ist abgehakt, der war kacke natürlich. Poor Things habe ich geguckt. Überragend. Ja, und ansonsten kann ich nicht weiter dienen, außer irgendwann mal, weil ich echt viel zocke. Ja, ne, ich kann tatsächlich nicht viel beitragen. Außer doch, sie ist Suitable Flash. Das dachten wir, das besprechen wir noch fürs Fantasy-Filmfest, aber ne. Aber kennt ihr den Kurzfilm Finlay? Okay, das ist ein Horror-Kurzfilm, den gibt es bei YouTube. Das ist ganz klassisch eine Horror-Puppe, erwacht zum Leben. Sieht auch recht chucky-ähnlich aus. Beziehungsweise einfach wie so eine Bauchredner-Puppe eher. Aber der Kniff daran ist, dass diese Puppe natürlich versucht, alle umzubringen. Aber die Puppe, weil es halt nur eine Puppe ist, die verkackt es jedes Mal. Das ist relativ lustig und amüsant tatsächlich. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Es dauert 25 Minuten und die will die halt mit Rattengift vergiften und was weiß ich, abschlachten. Und wenn dann läuft, dann läuft ein Messer auf die zu und dann wird einfach weggetreten. Also das ist schon ganz amüsant. Ja, den kann ich empfehlen. Aber mehr nicht. Wie gesagt, Steam Deck ist momentan eher das, was ich mache. Ah, okay. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ordentlich zugeschlagen die letzten paar Wochen. Immer so abends. Ich habe ein paar Sachen nachgeholt, wie The Prawler. Den kannte ich noch nicht. Welchen? Natürlich nur in der Cut-Version. Auf Deutsch, ich darf ja den Titel nicht. Ja. Ah, oh, die, ach die, nee, wir sagen den Titel natürlich nicht. Den fand ich richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen und hat mich geärgert. Und was heißt geärgert? Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum der mir jedes Mal irgendwie unterm Radar durchgeflutscht ist. Was habe ich noch geschaut? Ich habe mir Wishmaster 1 und 2 nochmal angeguckt. Und hatte mit dem ersten absolut meinem Spaß. Beim zweiten, da ist es halt schon so zwischendrin ein bisschen Fremdscharm. Aber er hat schon noch seine guten Momente und die Effekte sehen immer noch gut aus. Ja, das ist halt der Vorteil von den handgemachten Sachen. Das ist einfach so. Ja, das stimmt. Aber Wishmaster habe ich damals irgendwann auf Kabel 1 oder so das erste Mal mit 14, 15 geguckt. War natürlich geschnitten damals, aber trotzdem, das werde ich nicht vergessen. Ja, das macht schon noch Spaß. Und was haben wir noch angeguckt? Ah, noch ein bisschen was aus der Karate-Ecke. Die Best of the Best-Reihe habe ich mir nochmal reingezogen, weil ich abends nicht wusste, was ich gucken sollte. Und da dachte ich, ach komm, das ist schon lange nicht mehr geguckt. Damit habe ich auch immer noch meinen Spaß. Und zum Abschluss auch nochmal, das war vor ein paar Tagen auch Notting Hill. Der passt hier zwar nicht so rein, aber den mag ich trotzdem. Das ist immer noch für mich, ist das ein schöner Film. Ja. Okay, dann kommt meine erste Frage, bevor wir zu unserem ersten Film kommen. Habt ihr heiligen Bildchen zum Schutz auf dem Nachttisch stehen vor dämonischen Kräften? Also bei Werner könnte es ja Saint Snyder sein. Aber ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas draufstellen? Ja, bestimmt. Nö. Ehrlich gesagt gar nichts. Ganz langweilig, ganz spektakulär. Je weniger ich stehen habe, desto weniger kann ich nachts umschmeißen. Oh, okay. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich gut. Weil wenn du natürlich nachts überfallen wirst und du schmeißt was um, dann hören die dich natürlich. Das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter. Ich habe mein Steam Deck auf dem Nachttisch liegen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie gegen böse Monster da ankomme, aber es ist natürlich knüppelhart, aber ja, Punkt. Ich weiß nicht, Handy zählt vielleicht noch, also Handy und eine Wasserflasche. Wenn es geweihtes Wasser ist, wenn es geweihtes Wasser ist, hilft es vielleicht. Ich wollte gerade sagen, lass es dir weinen, das Wasser. Und wenn es ein normaler Einbrecher ist, dann bringt es ihm halt auch nichts. Dann bringt es auch nichts. Dann ist es hoffentlich eine Glasflasche. Genau, dann kannst du die Glasflasche werfen. Gut, kommen wir bei geweihtem Wasser. Das trifft ja wirklich die Faust aufs Auge. Kommen wir doch zu unserem ersten Film und zwar La Exorcista aus dem Jahre 2022. Geht 100 Minuten, hat eine FSK 16, die Regie führte Adrian, oh Gott, Bogliano García, hat ein VÖ, der kommt am 14.03., also kam schon. Vom Cast hier haben wir Maria Evoli und Ramon Medina der Dritte. So, bevor wir zum Inhalt kommen, steht ihr auf Exorzistenfilme? Früher mal, inzwischen hat er sich so abgenutzt, weil jeder die gleiche Formel nutzt. Ja, das stimmt. Ich mag es grundsätzlich gerne, weil bei mir, wenn die Kinder, meistens sind es ja Kinder, oder oft mit diesen Dämonenstimmen sprechen und auch so eklig im Gesicht aussehen. Und dadurch, dass ich das Gesicht von der Exorzist, ich habe den Film früher nicht geguckt, ich habe den tatsächlich erst vor ein paar Jahren nachgeholt, also den Klassiker für Fritgen, ich finde es scheiße gruselig. Ich finde einfach Exorzismusfilme sehr unangenehm, wenn sie ein bisschen gut gemacht sind. Deswegen an sich mag ich sie, ja. Ich mag sie auch ganz gern, je nachdem, wie du schon sagst, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie Body-Horror-Elemente drin haben, wenn sie auch einfach verdammt spannend sind und Exorzist ist da natürlich der absolute Klassiker. Es gibt zwar noch ein paar weitere, die ich mir aufgeschrieben habe, so als Alternative für später, aber kommen wir erst mal zu dem. Die Frage ist, ich meine, Deutschland gibt ja gerne mal noch Zusatznamen bei Filmen, um da noch irgendwie ein bisschen mehr rauszukitzeln. Was glaubt ihr, warum hat dieser keine bekommen? Oha, stimmt. Weißt du es, oder ist es einfach nur so eine Frage in den Raum? Ich weiß es nicht, es ist nur eine Frage. Ja, vielleicht war es einfach egal. Ja gut, der Untertitel des Films existiert nicht, weil es wahrscheinlich einfach egal ist. Werner, deine These? Untertitel, oder wie war es jetzt gerade? Ja, warum eigentlich alles mit einem Zusatznamen bedacht wird, aber La-Exorzist ist da nett. Wahrscheinlich, weil es aufgrund des La schon speziell genug ist und nicht noch diese extra Kirsche am Top braucht. Oha. Ja, das macht es wahrscheinlich special. Hm, könnte sein, ja. Das könnte tatsächlich sein, weil ja so spanische, mexikanische oder halt auch, ja, so in Richtung Argentinien und so, da kommen immer mal so ganz gute Geheimtipps her. Ja, vielleicht ist es der Grund. Worum geht es denn in diesem kreativen Streifen? Es geht um Ophelia, eine junge Nonne, die übrigens aussieht wie Anna de Amas auf Wish bestellt. Die kommt in San Ramon an, eine kleine Stadt, jeder kennt jeden und da führt sie einen Exorzismus an einer schwangeren Frau durch, die kurz vorm Sterben ist. Und dann denkt sie, oh, sie ist nicht mehr besessen und alles ist gut und dann nimmt aber alles eine üble Wendung und eine dunkle böse Präsenz in Form, das kann man ja sagen, einer Schlange. Deswegen ist das O auch eine Schlange auf dem Titelbild in der Schrift, möchte weiter Besitz ergreifen und muss weiterhin besiegt werden. Und das ist im Endeffekt das, worum es geht. Okay, vielen Dank. Na, was dacht ihr denn nach dem Opening? Was hab ich gedacht? Ehrlich gesagt, war das so ein Opening, wo ich weder abgeschreckt war, weil es zumindest nicht ganz mies war, aber so richtig Lust hat es auch nicht gemacht. Es war so, war halt da. Ja, das dachte ich auch. Es hat typisch angefangen, aber nicht schlecht typisch. Nimmt dieser klappernden Tür und dann geht sie raus und dann ist da natürlich was, was man ja schon vermuten kann. Aber, was mich dann abgeschreckt hat, ist, dass es ja, der Film heißt La Exorzista, es ist ein Exorzistenfilm, dann kreucht und fleucht irgendein Wesen durchs Gras, also so ein bisschen wie die Raptoren oder wie ein anderes kleines gemeines Viech, also Raptoren bei Jurassic Park und man hat es die ganze Zeit nicht gesehen. Das war irgendwie seltsam. Hab ich so auch noch nicht gesehen, dafür, dass es ein Exorzistenfilm ist und das macht der Film ja relativ häufig, dass es nicht unbedingt um einen Besessenen geht und das Problem des Besessenen ist die ganze Zeit, der wird immer schlimmer und böser und brutaler, sondern dass auch ganz viel dieses Vieh, dieser Dämon, aus der Ich-Perspektive oft gezeigt wird, das ist schräg. Das war wirklich cool. Da kriegst du im schlimmsten Fall Motion Sickness, also ich glaube, diese Szenen sind nicht für jeden Mensch geeignet. Also ich muss sagen, mir hat der Anfang auch relativ, ich fand den okay, also ich fand den jetzt nicht gut, aber ich dachte noch, naja gut, okay, das sieht aus wie der übliche Exorzistenquatsch. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Aber sie haben ganz am Anfang schon mit dieser Schlange, die da durchs Gras kreucht und fleucht in einem abartigen Tempo. Ich meine, klar, okay, können ja schnell sein, aber das ist eine Dämonenschlange, die ist natürlich noch schneller. Und mit dieser Ego-Perspektive, ja, das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, oh, da kriegst du schon Gänsehaut, aber nicht wegen gruseliger Atmosphäre, sondern wegen, oh, ich glaube, das wird was ganz Übles werden. Und da haben wir auch schon direkt eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, wenn es den ganzen Film so geht, dann wird es ein wahres Fest. Und zwar, wenn sie diesen Exorzisten-Wurm-Move macht. Oh ja, stimmt. Sie liegt am Boden und dann schlängelt sie sich so wie ein Breakdancer, der es nicht richtig hinkriegt, auf und davon. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird ein ganz grausames Ding. Ja, das stimmt. Sie hat erst so diese typischen Verrenkungen gemacht, ne? Ja. Diese Exorzisten-Standard-Verrenkungen, die dürfen ja nicht fehlen. Oder Besessenen oder was auch immer. Stimmt, denn dann schlingelte sie sich so weg. Das war, ja, es sah komisch aus und ich habe wirklich gehofft, okay, vielleicht wird daraus ja was gemacht, was wir dort nicht kennen und nicht gesehen haben. Spoiler, ist nicht passiert. Ja, die haben 2021 June gesehen und sagten, wenn wir jetzt einen Exorzisten-Film machen, dann bauen wir auch einen Wurm ein. Ja. Der Dämonen-Raketenwurm taucht ja öfters auf. Der Dämonen-Raketenwurm, ja. Tremor. Ich fand nach dem, genau, ich fand nach dem Opening, fand ich es ganz angenehm, dass die Farben im ganzen Film sind sehr blass gehalten. Also, das sieht aus wie, wenn wir jetzt, also so wie momentan bei uns, so immer dieser Sahara-Staub oben drüber liegt, dass dieses wiesige und die Sonne kommt nicht richtig durch. Das fand ich gar nicht so arg schlecht. Nö, war angenehm. Ja, aber sie haben es einfach nicht geschafft, da irgendwie eine großartige Stimmung aufzubauen. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie fandet ihr den Cast? Zweckmäßig, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ja, okay. Ja, es ist sehr zweckmäßig reicht, muss man auch nicht. Deswegen, es war manchmal schlecht gespielt, aber grundsätzlich eher so eine ganz solide Auftragsarbeit. Ja, das fand ich auch. Einem, sagen wir mal, Twist, den ich so auch noch nicht gesehen habe. Es ist jetzt auch nichts großartig Neues, was den Film jetzt komplett entzaubern würde, sondern es ist einfach so, der Horror findet nur tagsüber statt. Ja, das stimmt. Also, das Problem. Er hat immer die Tür aufgemacht, aber ist nie durchgegangen. Genau. Hat sich immer für die Eins entschieden, obwohl die Zwei eigentlich die richtige Wahl ist. Ja, immer so knapp daneben, aber trotzdem vorbei. Und deswegen also, ich bin hier komplett ohne Schocks und ohne Schocker rausgegangen. Da gab es keinen Gruselfaktor, was den eigentlichen Sinn angeht. Ja, das stimmt. Also, die Belagerung fand ich auch ganz nett. Da hätte man echt deutlich mehr draus machen können. Aber dieses am Tag, also da musste Inszenator schon deutlich mehr bieten, dass dir da irgendwie unwohl wird. Weil ich habe mir das Ganze angeguckt und dachte, ich meine, es sind auch ein paar Scarejumps drin, die bei mir überhaupt nicht gezogen haben. Ich dachte, naja, mit ein paar anderen Ideen und vielleicht das Ganze doch halt klischee-mäßig lieber bei Nacht oder bei Dämmerung. Hätte dem Ganzen eventuell noch einen kleinen Schub nach vorne gegeben, was aber definitiv nicht die Bondage-Spiele à la Poltergeist rechtfertigt und auch nicht den vom Teufel besessenen Duschvorhang. Ja. Ihr diesen Seil, also die Nonne geht in dieses Haus rein und sie bekommt ein Seil um die Taille gebunden, das, falls es zu krass wird, ihren Freund sie dann da rausziehen kann. Was schon so dermaßen Panne ist, weil wenn das der Teufel ist, dann zieht der da nur ein bisschen, da kannst du ziehen, wie viel du willst. Also, dass sie den da raus, das ist absolut totaler Schwachsinn. Und dann wird sie von diesem, vom Teufel besessenen Duschvorhang angegriffen. Und da war es auch echt wieder eine Zeit lang vorbei, wo ich gedacht habe, okay, Kinas, also nette Idee, aber für eine Parodie vielleicht super, aber nett für was ernst gemeint ist. Ja, ja, richtig. Also, ich musste da auch dicke grinsen, wo die Szene kam und wie du richtig gesagt hast, Parodie, das ist eine Szene, die würde man sich für eine Parodie wünschen, weil die dafür, ja, genau in die richtige Richtung geht. Ich finde auch so, das Pacing vom Film ist auch teilweise echt, sorry, aber wirklich katastrophal. Also, auch die Schnitttechnik, die unterhalten sich und dann hast du auf einmal einen Schnitt und dann sind sie direkt wieder vorm Haus. Ich meine, das ist ja toll, wenn man sich eine Autofahrt erspart, aber das kommt dann so unzusammen, äh, unzusammenhangslos, ja, rüber, wo du da hockst und denkst, hatte ich jetzt Tills Sekundenschlaf und hab's net gerafft? Entschuldige. Ja, sorry. Oder ist es halt einfach so und ich hab ein bisschen zurückgespult und hab drauf geguckt und denk, oh nee, das ist einfach so, oh nee. Das stimmt. Ich dachte auch, apropos Sekundenschlaf, also ich hab den in zwei Etappen geguckt, wo ich eingepennt bin und dann dachte ich mir so, ja, okay, du hast ungefähr schon, lass eine Stunde, Stunde 15 geguckt und dann guck ich nicht, das kenn ich nicht, geh eine Viertelstunde zurück, kenn ich nicht, geh noch eine Viertelstunde zurück, kenn ich nicht, das ist scheiße. Ich hab wirklich erst eine halbe Stunde geguckt, naja, das ist wirklich so, man hat gar kein Gefühl, wann das Ding endet. Ich muss gestehen, ich hab mit der Zeit dann auch das Handy rausgeholt, also ich bin nicht eingepennt, aber ich konnte auch nicht dem Film meine ganze Aufmerksamkeit widmen, weil es sich gefühlt nicht gelohnt hat. Und dementsprechend, ja, ist das Handy meine Sünde. Ja, ich hab draußen geguckt und hab dann auch irgendwann so zwischendrin mal angefangen, so ein bisschen in der Gegend rumzuglotzen, weil ich gedacht hab, naja, gut, jetzt passiert, glaube ich, eh nicht so wirklich viel. Aber dann ist mir noch aufgefallen, die haben tatsächlich fast das gleiche Symbol verwendet wie bei True Detective, diesen Kreisel. Der ist auch auf dem vom Teufel besessenen Dusch vorhang. Und ich dachte, okay, stimmt, ja, aber das ist halt, 100 Minuten ist einfach viel, viel, viel zu lang. Ja, richtig. Und es gibt von 2019 einen Film, der heißt Spiral, also nichts mit Saw, der heißt einfach nur Spiral, ist auch so ein Horrorfilm, Horrorthriller. Ja, und da ist exakt dasselbe Symbol auch. Da musste ich so ein bisschen dran denken. Das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen kultmäßig, über so ein Kult in dem Dorf. Und ich weiß auch nicht, das ist halt, ja, hat man halt auch einmal zu oft gesehen. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob das vielleicht so ein überregionales... Ja, wahrscheinlich wissen wir irgendwas nicht, aber... Ja, denke ich auch. Wir sind einfach mal wieder dumm. Aber ja, aber auch bei Saw Spiral, den ja viel mehr Leute kennen, haben wir natürlich auch dieses Symbol. Ja, also wie ihr sagt, das Symbol, das hat man schon viel zu oft gesehen und hat dementsprechend auch gar nichts ausgelöst bei mir. Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt hier zu lange über diesen einen Film schon quatschen, aber das allerbeste im negativen Sinne, wo ich wirklich sehr gelacht habe und meine Frau gefragt habe, so sag mal, das ist, was ist, wie dumm ist das denn? Die haben diese große Hautschuppe, also als hätte sich eine riesige Schlange geschuppt, gehäutet und haben auf dieser großen Schlangenhaut eine Spirale. Dann kommt die Nonne Ophelia auf die clevere Idee, boah, das legen wir auf eine Landkarte. Aber wer zum Teufel, welcher Dämon denkt sich, ah okay, die Nonne, die mich gerade hier bekämpfen will, die hat eine Landkarte im Maßstab von was weiß ich, 1 zu 100 und im A3-Format. Darauf passe ich jetzt meine Spirale und meine Häutung an. Also, was ist denn, wenn die sich eine andere Karte gekauft hätten, die ein A4-Format hat oder das Ding auf dem Handy angeguckt hätten? Ich wollte es gerade sagen, ja, wenn es Google Maps aufgemacht hätten. Und dann, das war so blöde und dann hat diese Spirale, wissen Sie, wo der Teufel als nächstes zuschlägt? Also, boah, das war, also ich kann einiges ertragen, gerade im Horrorbereich, das wissen wir alle, dass man da einiges schlucken muss, aber das war so dämlich. Ja, da bin ich auch ausgestiegen bei dieser Detektiv-Szene, wo geht der Teufel als nächstes hin? Dieser eine Ort, ja, da müssen wir hin. Ja, das war wirklich, naja. It was a thing. Richtig. Wie fandet ihr den Dämon zum, gerade so in dieser Kirchen-Szene, wenn sich dann der Raketen-Dämon-Wurm enttarnt und sich präsentiert, wie hat euch das gefallen? Du meinst die Tekken-3-Zwischensequenz? Ja. Also, hab ich meinen Controller rausgeholt und wollte gleich losfighten, ja, weil ich dachte, es geht weiter, nee, das war, ja, das sah nicht so geil aus, nee. Also, das, was, der sah ja, wie hast du ja schon gesagt, nicht so kacke aus, gerade weil die praktischen Sachen, wenn sie dann mal vorhanden waren, schön gemacht worden sind. Ja, aber, das war wirklich. Das wirkte in der Umsetzung nicht stimmig. Ja, warum, warum tun die das? Also, ich frag mich immer, wenn die einen Film machen und der gar nicht so schlecht aussieht und wer, wer sagt sich am Ende, pass auf, jetzt, wir haben hier ein ganz okayes Werk abgeliefert, jetzt hauen wir doch richtig kack CGI rein. Das verstehe ich immer nicht. Ich fand auch die Dämonenstimme furchtbar. Also, normalerweise bist du ja eigentlich eher was Tiefe, so ein Wö, Wö, Wö gewöhnt. Und da hast du fast so ein Helium-Dämon-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi, wo du denkst, so, hm. Ja, ich hatte nur die deutsche Synchro, weil der andere hatte keinen Untertitel, die spanische, ähm, bei mir zumindest. Deswegen, weiß ich nicht, vielleicht ist es im Original ja besser, die Stimme. M-m, m-m, m-m. Okay, alles gleich, nehmen wir alles zurück. Okay, gehen wir zum Fazit. Till, dann schieß los. Ich würde sagen, also, jemand, der noch gar keine Horrorfilme gesehen hat, ich glaube, bei dem, dem könnte der vielleicht gefallen. Also, so anspruchslose Menschen. Und mein Fazit ist, nicht mal für 99 Cent, aber es war keine Vollkatastrophe. Also, es ist so ein Ding, wenn man den im Grabbeltisch auf dem Mediamarkt, also in einem Elektronikfachhandel, ähm, sieht, da gibt es natürlich ganz viele andere tolle Läden, dann könnte man den neben irgendwelchen Roger Corman-Sachen vielleicht auch mitnehmen. Ich glaube, Werner würde dir da widersprechen, oder? Nö, nicht so ganz. Also, für einen Wühltisch ist er tatsächlich gut genug, so 99 Cent Aktion. Da ist er immer noch in Ordnung, weil er hat ein cooles Cover. Cooles Cover ist schon mal 50 Cent wert für die Sammlung. Und der Film selber ist eben so ganz, ganz seichte, softe Horrorkost, wie Till ja gesagt hat, für Einsteiger sicher nicht das Schlechteste. Und immer noch knapp überdurchschnittlicher als vieles andere, was heutzutage kommt. Von dem her, Grabbeltisch ist es noch in Ordnung, aber für mehr ganz und gar nicht. Hm, okay. Also, ich muss sagen, nichts Neues von der Beschwörungsfront. Langweilig, fehlender Showdown. Horror bei Tag funktioniert, aber da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Zusammenhangslos teilweise inszeniert. Ein paar nette Ideen, aber nichts draus gemacht. Ich war froh, als es vorbei war. Okay. Und ich weiß nicht, ob, also für Exorzismus-Einsteiger würde ich tatsächlich sagen, Leute, da gibt es deutlich bessere Alternativen. Klar, erstmal Exorzismus. Eins, zwei nette, drei. Ähm, The Old Ways auf Netflix. Kennt ihr den? Den was? The Old Way oder Ways, warte kurz, The Old Ways ist ein Film, der läuft auf Netflix. Ja, genau. Und ist ein englischer, ein amerikanischer, das weiß ich gar nicht genau. Aber der ist cool, der macht so ein bisschen, der macht das so ein bisschen anders. Den könnt ihr euch mal angucken. Da vergeudet ihr nicht unbedingt so viel Zeit. Den fand ich ganz gut. Was mir noch gefällt, ist der Exorzismus der Emily Rose. Den finde ich noch ziemlich gut. Der ist auch, der hat auch richtig fiese Body-Horror-Elemente drin. Und ja, ja, Stigma, da fand ich ganz cool. Der war so in dieser Millennium-Weltuntergangsstimmungsreihe, die damals so kurz vor 2000, vor dem Jahrhundertwechsel in die Kinos kam. Der hat mir auch noch ganz gut gefallen. Aber ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Also eher, Klammer auf, Klammer zu. Werner, fällt dir noch irgendwas ein? Nee, in dem Fall nicht wirklich einfach, weil es die letzten Jahre wenig Nachschub gab. Und die alten Klassiker, die hat man schon oft genug gesehen und erwähnt. Okay, dann starten wir direkt zum nächsten. Und zwar zu Boogeyman Origin. Er scheint am 29.02. auf DVD. Blu-Ray hat eine FSK 16 geht um die 92 Minuten. Regie führte Angel Hernandez. Als Cast hätten wir Javier Botet und Ivan Redenko unter anderem. So, was dachtet ihr bei diesem Titel? Und wie waren eure Erwartungen? Nachdem letztes Jahr im Kino ja der Boogeyman lief und der recht solide war, dachte ich, wieso nicht einfach noch ein Boogeyman-Film? Also ich habe jetzt nicht wirklich viel erwartet, weil hier jetzt nicht unbedingt jemand Namhaftes mit dabei ist. Und das Cover, muss ich zugeben, auch nicht sehr vielversprechend ausgefallen ist. Aber es stand Boogeyman drauf. Also hatte ich zumindest Lust auf den Film. Aber keine hohen Erwartungen. Ja, war bei mir, glaube ich, ähnlich. Weil Boogeyman, gut, den letzten Boogeyman, ja, den fand ich so ganz solide, aber gut fand ich ihn jetzt nicht wirklich. Ähm, und ich habe auch gehofft, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, und Origin, mein Gott, das ist, also wir sind hier bei dem Boogeyman nicht in einem Franchise, wo wir jetzt einen Origin bekommen, sondern der heißt einfach Origin, weil warum nicht? Ähm, und hm, so richtig erwartet habe ich nichts. Aber ich habe gehofft, dass der vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen fein, schönes Creature-Design hat. Genau, also ich habe es gelesen und dachte, Boogeyman Origin, hm, jo, warum nicht? Der letzte Boogeyman hat mir gefallen. Den fand ich richtig cool. Der hat schöne Licht-Dunkeleffekte. Das haben sie schön ausgereizt. Da gibt es ein paar fiese Sachen auch. Aber ich dachte noch, Moment, das ist kein amerikanischer Film, das ist ein spanischer Film. Und dass die dann anfangen auf einmal mit Boogeyman Origin, hat mich schon etwas skeptisch gemacht. Dann habe ich geschaut, wie der Film im Original heißt. Und das trifft es natürlich eher, und zwar El Hombre del Saco. Und nein, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern heißt wirklich so. Übersetzt, der Typ mit dem Sack. Ja, genau. Das passt doch. Das könnte von uns allen auch unsere Biografie sein. Und dann deswegen gleich als Warnung vorab, das ist nicht der amerikanische Boogeyman, was da durch die Gegend läuft, sondern wirklich halt der Typ mit dem Sack. Okay, um was geht es denn? Ja, in dem Film geht es darum, dass in der Kleinstadt Gador seit Jahren immer wieder Kinder verschwinden und kleinwüchsigere Menschen. Keiner weiß, was mit ihnen passiert. Man findet sie nicht mehr, nicht tot, nicht lebendig. Und weil die Polizei eben nichts Effektives tut, haben dann ein paar Kids beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen und finden dann eben hier eine Spur, da eine Spur und gelangen somit dann zu einem mysteriösen Haus. Und dann nimmt das Ganze immer mehr seine Wendung. Aber mehr möchte ich da gar nicht sagen, denn ganz ehrlich, die Story selbst, die bietet gar nicht viel mehr, ohne dass man sie ganz verrät. Okay, danke, Shane. Gut, wie hat euch der Einstieg gefallen? Ich glaube, ich habe ihn schon vergessen. Danke, dass du es sagst. Ich habe dir extra den Fortschritt gelassen. Ja, ich habe auch in der Ruhe gewählt, so am Mist. Okay, am Anfang seht ihr auch ein altes Haus, viel Nebel und einen Jungen, der durch ein Feld rennt und einen Mann schreien hört. Stimmt. Hilf mir, hilf mir. Ja, jetzt, genau. Stimmt, stimmt. Das war eher so Anfang, also Anfang 1910 oder sowas, ne? Genau. Ja, 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 richtig. Genau. Dann kann ich sagen, relativ stimmig. Wir besprechen hier immer noch zumeist DTV-Filme. Hat mich stimmungsmäßig überrascht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass schon ziemlich am Anfang eben so dieses dumme Verhalten der Kinder durchgesickert ist und ich von Anfang an schon gedacht habe, oh Gott, haben wir es wieder mit dieser Sorte Kinder zu tun in diesem Horrorfilm. Da kann ich mich noch daran erinnern. Das war mein erster Gedanke, als ich den Film geschaut habe. Ja, ich war am Anfang auch so ein bisschen, oh, das ist so ein Szenario, was mir persönlich eigentlich immer gut gefällt. Altes Haus, alles düster und ein einsames, verängstigtes Kind, das da durchrennt. Da dachte ich noch, ja, okay, naja, schauen wir mal. Aber ich hatte den als zweites gesehen und vorher la Exorzista und da dachte ich, okay, gut, da hat mir der Anfang auch relativ gut gefallen. Gut, wie fandet ihr, ich muss jetzt nochmal ein bisschen auf den Einstieg, also nach diesem Einstieg, so die ersten 15 Minuten? Das war mir zu viel Drama. Also diese Geschichte mit dem Boogeyman und der Horroraspekt an sich, da gab es ja nicht wirklich viel davon. Und dementsprechend war mir das einfach zu wenig von dem, was ich sehen will und zu viel Familiendrama, was ich nicht sehen will. Ja, ich muss bei dem Film so ein bisschen, ich glaube, ich würde da mitgehen, so ein bisschen zu viel von dem, was man vielleicht nicht sehen möchte, wenn es gerade, wenn man sich darauf einstellt, dass wir jetzt hier einen Boogeyman-Horrorfilm bekommen. Es war aber alles schon mal für mich ein Level höher als La Exorzista. Weil worauf ich eigentlich hinaus war, also ich habe die ersten 15 Minuten geguckt und nach dem doch schon ganz gelungenen Einstieg, habe ich wie so ein Brett vor den Kopf geschlagen gekriegt und dachte, um Gottes Willen, das sieht ja jetzt also schauspielerisch und alles drumherum ziemlich kacke aus. Also klar kann man den Kindern, den Kids jetzt nicht so direkt den Vorwurf machen oder also zu sagen, hier, ihr habt es nicht drauf. Aber ich hatte da wirklich so, also diese zwei Kinder, der eine mit der Brille, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, um Gottes Willen, da dachte ich noch, Kerle. Also schauspielerisch hätte der da echt ein bisschen mehr Instruktionen bekommen können, weil ich finde, die brachten das überhaupt nicht gut rüber und das war nullstimmig und irgendwie halt nicht gut gemacht und da habe ich echt, da haben sich bei mir auch wieder die Nackenhaare aufgestellt und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt muss ich mir hier tatsächlich nochmal 90 Minuten Müll angucken. Und vor allem halt auch anhören. Und anhören, ja. Aber ich finde, der hat sich nach 15 Minuten wirklich sehr gut gefangen. Ja, das fand ich auch. Das hat mir, der hat sich, ja sorry, nee, entschuldigung. Ja, das hat sich bei mir auch so, das war so der Anfang, das Intro, was ich ja vergessen hatte, hat stimmig angefangen, dann war es so, ah Mist, geht das jetzt doch in die falsche Richtung? Und dann hatte ich wieder Spaß dran, weil ich auch dieses Settings, dieses Setting mag, die Kinder raufen sich zusammen, erkunden irgendwas. Das ist so dieses, das ist so ein bisschen, sind so meine oder unsere ja wahrscheinlich Kindheitsfilme. Lass es E.T. sein, lass es Goonies sein, lass es sonst was sein. Wir reden natürlich hier von einem anderen Budget und Qualitätslevel, aber so vom Thema her, das mag ich so, wenn sich Kinder, Teenager zusammenraufen und dann irgendwas erkunden und erforschen, irgendwie gefällt mir das. Und dann noch diese coole Handgeste, die man natürlich auch immer braucht, ne? Immer. So ganz nach dem Motto, alle für einen, einer für alle, yay. Das muss sein. Der E-S-Schwur, ja. Geht nicht ohne. Nee. Aber ja, da ging es dann wieder ein bisschen aufwärts, also gerade so nach den 15 Minuten, die du ja angesprochen hast, das war ein bisschen zu viel Drama, zu viel von dem Zeug, was du nicht willst, aber danach geht der Film dann so ein bisschen seinen Weg. Und da kann man dann zumindest mal sagen, geht es in die richtige Richtung, hat seine guten Momente, gerade von dem Setting, wie ihr ja angesprochen habt, das fand ich auch ziemlich gelungen, das hat mir Spaß gemacht. Aber danach kam dann auch wieder das nächste Tief. Also der Film war ein bisschen wie eine Talfahrt, also es ging wieder hoch, dann ging es wieder abwärts. So war es bei mir. Ja, das stimmt. Ich fand auch den ersten Angriff des Ombre mit Säckchen auf, ach Mist, ich habe den Namen nicht gemerkt, auch nicht aufgeschrieben, auf Kevin allein zu Hause, es ist der Junge, der immer alleine ist. Fand ich auch mies. Also die Sache mit dem Gang, das war wirklich gut gemacht, da kam auch echt Horrorfeeling auf, das war spannend. Ich meine klar, man hat sich als Vielgucker alle möglichen Szenarien zurechtgelegt, keine Frage, aber ich dachte, hey, und dann sitzt dann, ich verrate natürlich nicht, wer einen, ein Mensch, ein Mann, Blut überströmt im Gang und schreit. Und das dachte ich, hey, okay, alles klar, das gefällt mir. Ja, das stimmt. Das fand ich auch. Das war so, ja, es war so ein bisschen so ein Auf und Ab. Und da waren immer wieder, wobei es für mich mehr aufging als ab, überraschenderweise. Und das gab immer wieder so ein paar Momente, die mir gut gefallen haben. Vor allem jetzt für mich schon legendär und eigentlich der Charakter dieses, also wenn wir einen, wenn wir einen Charakter küren müssten dieses Jahr aus allen Filmen, dann ist es definitiv ein Stofffetz. Ja, da kommt drauf, ja. Genau, aber so diese, diese Kinder gehen auf Monsterjagd. Ich meine, sie haben sich wirklich übelst überall bedient. Ja, und also wir haben Fahrradfahren mit Stranger Things, sind die, wo auch dieses besagte Teil den Weg weist. Ja. Also da habe ich echt, ich fand es aber niedlich. Ich habe noch gedacht, okay, nee, komm, eh, scheiß drauf, lass, lass das drin, das ist okay, das hat Spaß gemacht. Aber, ja, es, es wird sich halt überall teilweise auch frech bedient. Also wir haben viele E's anleihen. Ich meine, hier der Ombre kommt alle sieben Jahre, E's alle dreißig. Wir haben Totenlichter Light am Schluss. Also halt so dieses Fützelchen und nicht so wie bei, bei E's, diesen normalen. Ja, dann halt diesen E's, Schwur. Aber das hat mir schon Spaß gemacht. Und ich fand dann auch, die, die Darsteller haben ihre, ihre Sache wirklich super, also, nicht super ist übertrieben, haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht, woran es am Anfang gehakt hat. Also, ja, mit den, mit dem einen Jungen wurde ich überhaupt nicht warm. Und irgendwie war auch die, die Erzählweise, ich weiß nicht, du warst immer so, du warst immer irgendwie, hatte ich so das Gefühl, du bist außen vor, anstatt mitten dabei. So diese, wir machen jetzt hier ein bisschen Geplänkel und, ja, du guckst dir das halt jetzt an. Und irgendwie haben sie dich nett gepackt mitzunehmen. Das haben sie erst tatsächlich so nach 15 Minuten geschafft, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich Bock auf mehr. Und ich wurde wirklich positiv überrascht. Ja, mich hat halt die deutsche Synchro immer mal wieder so auf den Boden geholt, mal ein bisschen so rausgerissen, weil die deutschen Stimmen, die sind jetzt nicht wirklich gelungen, muss ich sagen. Und du hast jetzt gerade von dem Tuch gesprochen, von dem Charakter des Jahres. Bei mir ist es eher das Glas. Da gibt es so eine Szene, das Glas entkommt uns. Also, da musste ich laut auflachen, wo es darum ging. Gott sei Dank geht es auch nicht kaputt. Ich habe das in der OV, in OV geguckt tatsächlich. Das war, das war ganz okay, muss ich sagen. Das hat mich jetzt, hat mich jetzt nicht gestört. Und wir haben natürlich auch eine wiederkehrende Schauspielerin und das ist im DTV-Bereich ja auch nicht immer Gang und Gäbe. Wir haben ja hier die Macarena Gomez, die hat ja in dem Deep 4, in dem Haifilm mitgespielt, den wir geguckt haben. Das war die Schurkinde auf dem Boot. Ah, ja, da erinnere ich mich noch dran. Okay. Ja, ich habe auch noch schon gedacht, okay, aber dass es, dass es Maria ist. Ja, ja, hast du dich jetzt auch nicht. Richtig. Okay. Kommen wir mal auf den Ideenreichtum des Regisseurs zu sprechen. Und zwar auf das jetzt schon mehrfach genannte Glas und den Inhalt. Ich wusste, als ich es aufgeschrieben habe und habe es am nächsten Tag nochmal durchgelesen, um es einfach ein bisschen zu sortieren, habe ich gesehen, dass ich tatsächlich aggressive Sackhaare geschrieben habe. Aggressive Sackhaare im Glas. Und so, also als der das erste Mal, also die Kids gehen ja auf Monsterjagd und versuchen, die verschwundenen Kinder wieder zu kriegen und treffen dann auf einen Verbündeten, der auch eine Geschichte mit El Ombre hat. Und dieser hat in einem Glas, und das ist jetzt auch kein Twist, ein Stück des Sackes von El Ombre. Und dieses Ding geht in dem Glas ab wie ein wild gewordener Chihuahua. Also, du siehst wirklich die Bildsprache. Alter, mach das Glas weg und ich fress euch alle auf und leg deine Stadt in Schutt und Asche. Also, das ist wirklich was, wo ich hingeguckt habe und dachte, ey, nicht euren Ernst, aber ich fand es tatsächlich auch geil. Ja, also, das war so abgefahren, so abgedreht. Ich habe es auch gefeiert. Also, ich musste zwar drüber lachen, was in einem Horrorfilm jetzt irgendwie manchmal ein bisschen kontraproduktiv ist, aber hier war das irgendwie so erfrischend abgedreht. Und ich mochte es irgendwie. Also, mir hat das auch echt gefallen, diese Szene oder die Idee mit dem Glas dahinter. Da bin ich froh, dass es uns ähnlich geht, weil das, im Endeffekt ist es ja absoluter Humbug und völliger Quatsch. Und ich hatte auch meinen Spaß damit. Ich fand es irgendwie cool, weil das eine Idee ist, so absurd sie auch ist, die man in dem Sinne noch nicht kennt. So, dass man ein Stück abreißt von dem vermeintlichen Killer und dass der einem dann den Weg weist irgendwie. Das war, ja, also, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Flucht der Karibik 5 geguckt und dieser Kompass, der einen dahin führt, was man am meisten begehrt, das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Also, das Ding hätte auch Jack Sparrow in der Hand haben können, dass er damit seinen Weg findet. Das hätte in der Welt von Flucht der Karibik perfekt gepasst. Und hier ist es so absurd, dass es mich belustigt hat. Ich habe, das hat mich nicht rausgeholt. Und wie gesagt, später diese Szene, wo sie auf dem Fahrrad sind und er hebt dieses Glas und dieses Glas fliegt halt in diese Richtung und er hebt es immer noch fest und sitzt hinten auf dem Fahrrad drauf. Ja. Fand ich mega, habe ich übel abgefeiert, dachte ich, ey, nee, super Einfall, witzig. Und klar, natürlich hast du die Musik, die halt abgekupfert ist, aber ich fand es trotzdem stimmig und auch toll gemacht. Also, ja doch und liebenswert gemacht, sagen wir es mal. Was ich wiederum ziemlich strange fand, war Greta, also dieses eine Mädchen, das als Greta Thunberg bezeichnet wird, von einem ihrer, ja, Freunde, versucht den Ombre herzulocken und nimmt die Kettensäge von ihrem Vater mit und sägt einen Baum ab. Stimmt, das ist ja die, die die Natur retten will. Oh ja. Genau, mitten in der Nacht. Sünde. Großartig. Sünde vor allen Dingen, das hört ja jeder. Ich meine, eine Kettensäge. Ja. Ich habe erst gedacht, die hat die, ich habe erst verstanden, sie hat gesagt, ich habe die Kettensäge kaputt gemacht, weil es um die Schuldgefühle geht, die dann Ombre anzieht. Aber dann dachte ich auch, okay, Moment, warum sägst du eigentlich einen Baum ab, wenn es nur um die Schuldgefühle geht, könntest du auch irgendwo was klauen. Ja, das stimmt. Stimmt. Und sie wird natürlich verhaftet. Und die anderen stehen zwei Schritt weiter weg, die werden nicht mitgenommen. Nee. Also ich meine, klar ist ein Film und so, aber trotzdem habe ich gedacht, okay, gut, also dann würde ich auch die Kumpanen mitnehmen. Vor allen Dingen, so eine Kettensäge ist verdammt schwer. Ja, und vor allem hat die Polizei auch die Pflicht, solche Teenager dann einzusacken in der Nacht, um sie an ihre Eltern, bei ihren Eltern anzugeben. Aber das ist, wie gesagt, das ist, wir folgen einem Stofffetzen, der fliegen kann und deswegen würde ich da sagen, halb so wild. Ja, aber das war wirklich eine schräge Szene. Ich habe wirklich gelacht, aber es ist halt, es ist trotzdem, ja, es ist einfach liebenswert gemacht und ich habe da einfach ein Faible dafür gekriegt und dachte, eh, komm, ihr könnt fast alles abfeuern, mir, es werde meine Meinung wahrscheinlich nicht ändern. Was ich ein bisschen mau fand, ist der Showdown und die Schwachstelle des Sackmannes. Den Endfight fand ich ein bisschen, ja, den fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Wobei es ja gut angefangen hat, ne, so mit der Location gerade, die man ja dann auch ein bisschen genauer betrachten konnte und dem motivierten Teamwork, was man ja an den Tag gelegt hat, also der Anfang von dem Finale war ja nicht schlecht, aber ja, das ist immer wieder bei dem Punkt, ne, anfangen und wie geht's weiter. Das stimmt. Wobei da auch diese eine kurze, der ist ja nicht gory oder super brutal, aber diese eine Folter-Tötungsszene in einem Rückblick mit diesem, was man dann sieht, dieses Schraubding, also du bist an dem Stuhl gefesselt mit einer hohen Lehne und dann wird dir ein spitzer Pfahl ganz langsam in den Nacken gebohrt. Das fand ich schon krass. Das war cool, ey. Das hat einen nochmal so ganz kurz ein bisschen wachgerüttelt und dann war das Finale so, auch wieder so ein Auf und Ab. Und auch hier wird weitgehend tatsächlich auf immensen Einsatz von billig CGI verzichtet und weil du schon gesagt hast, so der hat schon einige härtere Szenen, also da spritzt auch schon mal Blut und da hatte ich mich so zwischendrin gefragt, für was für ein Klientel ist dieser Film? Weil einem Teen mit zwölf, dreizehn, vierzehn da vorne dran setzen, weiß ich nicht, könnte, außer es ist halt total abgebrüht und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Aber ansonsten dachte ich mir schon, ja, für einen Teen-Horror ist er zu hart, also so ging's mir zumindest. Ja, das stimmt. Und für einen Erwachsenen-Horror ist er zu soft und halt, ja, halt diesen, ist halt dieser Kids-Aspekt drin, ja, ich weiß, den hat man auch bei E's, aber hier war es dann so zwischendrin, wo ich auch gedacht hab, hm, also ich weiß nicht, so für die FSK, schwierig. Ja, also FSK hab ich sowieso gedacht, der hier ist ja jetzt ab 16 freigegeben und dann war ich ja in das erste Omen und der ist auch ab 16 freigegeben und ich sag euch, das sind Weltenunterschiede, was den Gewaltgrad angeht und dementsprechend, ja, geh ich hier jetzt mit dem FSK 16 nicht so ganz einher. Was würdest du geben? Zwölf? Ja, grenzwertig, aber zwölf wäre vielleicht noch eher die Tendenz, weil für 16 war mir das nicht hart genug, also, ja. Nee, kannst du nicht machen. Vielleicht bin ich auch einfach zu abgehärtet, aber FSK 16, da hätte ich dann doch ein bisschen mehr erwartet. Ja, ist tatsächlich schwierig, gerade so die Einstufung bei, und die bringt mir wirklich komplett alles in letzter Zeit so ein bisschen durcheinander, ist die FSK von Equalizer 3, der ja auch ab 16 ist und wo ich denke, der hat keine 16er verdient, der hat eine 18er verdient. Ja, ja, stimmt. Weil der ist, allein der Anfang ist sau, also, was heißt sau, ist ordentlich brutal. Ja, stimmt. Und das Intro, oh ja, das ist großartig. Und auch so die Kills, das Thema Selbstjustiz, wo sie ja eigentlich immer super allergisch drauf reagieren und auch später hinaus, wie ja die Mafiosis teilweise killt, das ist schon, das ist schon ordentlich. Also, da habe ich mich schon echt, dachte ich, okay, 16, hm. Hm, aber klar, gut, die Gewohnheiten ändern sich und, ja, wahrscheinlich werden einige sagen, jo, Allah, bei El Hombre del Saco, ja, könnte auch ab 12 durchgehen, weil einfach die Leute viel mehr gewohnt sind. Ich weiß es nicht, ich fand es tatsächlich schwierig, mir da eine FSK irgendwie auszudenken. Gerade so, ja, gerade so bei dem Schluss auch, als sich dann dieses, als sich El Hombre dieses Vieh dann auch erhebt, das ist auch ganz gut gemacht. Und dann gibt es auch noch eine etwas drastischere Tötungsszene, wobei es komisch ist, dass die Person dann auch wieder aufsteht. Aber egal, ich will das jetzt nicht weiter, ich will nicht weiter spoilern. Ja gut, sollen wir zum Fazit kommen? Oder habt ihr noch irgendwas? Nö, ich glaube, da haben wir alles zugesagt. Okay, Till, schieß los. Ja, ich fand den überraschend gut und mit überraschend gut meine ich so, das ist halt, kann man sich angucken, ist ein solider Film, der, und ich wiederhole wieder das DTV-Thema, das wir haben, da ein Griff ist, den man gut mal machen kann. Also man greift ja nicht ins Klo, so, dann kann man, wenn man den sieht, kann man den mitnehmen, kann ihn sich angucken. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das Ding ist mir 15 Euro zum Release wert, das nicht, aber ich würde mir das auch nicht verschmähen. Ja, also ich finde, das ist sehr solide Horrorkost, die man sich zwischendurch mal gönnen kann, wenn man gerade Hunger hat, nicht weiß, was soll man sich anschauen, was liegt so alles auf dem Tisch, dann kann man hier guten Gewissens mal einen Blick riskieren und macht nicht allzu viel falsch, ohne dass es natürlich ein neues Highlight ist. Also für zwischendurch ist es okay, aber mehr auch nicht. Ich wurde auch positiv überrascht, wer ihn sich angucken möchte, wie gesagt, hat mit Boogieman überhaupt nichts zu tun, hat die ersten 15 Minuten, muss man überstehen, ich finde, dann gibt es eine qualitativ wirklich hohe Steigerung. Er hat mir dann wirklich viel Spaß gemacht, auch wenn er so zwischendrin nochmal so ein bisschen abflacht, wo es dann eher wieder so ein bisschen dramamäßig geht, aber das dauert nicht lang und dann geht es wieder weiter. Und der hat mir wirklich Spaß gemacht, er hat ein paar wirklich liebenswerte Einfälle und das ist ein Film, den, wenn der irgendwann mal wieder läuft oder irgendwo mal läuft auf Streamingdiensten, da würde ich mir tatsächlich nochmal angucken. Also kann man da nichts, finde ich, falsch machen für Fans von zum Beispiel Ace oder halt diesem Kinder-Horror-Krams. Habt ihr noch irgendwelche Alternativen, außer jetzt Ace oder Stranger Things? Ja, der andere Boogieman, ne? Aber nur vom Namen her. Irgendwas habe ich da letztes Jahr gesehen, was war denn das? Fällt mir jetzt nicht ein. Ah, nee, Name fällt mir nicht ein, aber der Film hat mich ja auf jeden Fall an irgendwas erinnert letztes Jahr. Ach, nee, egal. Bärwolf-Waschbär gegen Panzerschark. Ja, Kokainbär. Dann noch Featuring Kokainbär. Ah, Kokain im Glas, das wäre es gewesen. Gut, als Alternativen habe ich noch, ja, jetzt was wir halt schon genannt haben, dann halt aus allem möglichen Horr-Krams halt mit Kids, auch so Insidious, der erste, den finde ich ganz gut, Shining, ist natürlich ein Klassiker. Was haben wir noch? Die Others fand ich auch ganz gut. Oh ja, stimmt. Also da gibt es wirklich viel Gutes, was man sich noch rausholen kann. So, dann kommen wir zu unserem letzten Schmankerl, oder habt ihr noch was? Nö. Nö? Okay, und zwar, das letzte Pendant in unserem Topf ist The Chester. Er schien am 29.02. auf Blu-Ray, DVD geht 90 Minuten, hat eine FSK 16. Regie führte Colin Krawchuk. Darsteller hätten wir Delaney Wist, White, Entschuldigung, White, Lea Simington und Matt Servito. Den kennt man als Agent Harris aus Sopranos, das hat mich auch tatsächlich am ehesten gefreut. Was man dazu noch sagen... Den kenne ich aus Banshee. Ist er auch in Banshee dabei? Ich habe Banshee schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, der ist in Banshee, der ist auch ein Police Officer, ja. Ach stimmt, ja, stimmt, ja, der eigentlich den Posten vom Sheriff haben will. Ja, ja, genau. Okay, The Chester basiert auf einem dreiteiligen Kurzfilm von diesem Regisseur aus dem Jahre 2016. 2016, ich nehme nicht an, dass ihr die kennt. Erwartungen. Boah, also nach dem Trailer war auf jeden Fall, also als wir uns so auf die Suche gemacht haben und gesammelt haben, was wir als nächstes gucken und der, du hast den gedroppt, Sven, glaube ich, da dachte ich mir, okay, was ist das denn für ein Terrifier-Abklatsch? Und logischerweise, da denkt man auch von alleine dran, aber dann habe ich mir auch gedacht, Terrifier ist selber vor allem der erste so low budget und hat mir trotzdem gefallen. Vielleicht, ja, das muss ja nicht unbedingt Ideenklau sein, aber vielleicht hat der ja was. Also vielleicht, vielleicht bewegt sich da in meinem Gore-Herz etwas, was ich vorher noch nicht gespürt habe. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwelche coolen Ideen da vorkommen, die teilweise zu erkennen sind auch jetzt, ja. Also ich muss sagen, von unseren drei Filmen, die wir auserwählt hatten, war das der Film mit den höchsten Erwartungen, aber aus den völlig falschen Gründen, weil genau wie du gerade gesagt hast, der erste Gedanke, wenn man das Cover sieht, ist dann natürlich Terrifier. Ja, dann steht auf dem Cover noch, he will Terrifier und da denkst du dir dann, okay, es ist so eine Billigproduktion von einer Billigproduktion und das hat dann irgendwie so den inneren Asylum-Hund von mir geweckt, wo ich mir denke, ja gut, Minus und Minus kann Plus ergeben. Ja, stimmt. Ja, also ich hatte den Trailer auch gesehen und dachte, ja, genau eigentlich, was auch Till gedacht hat, low budget und wenn es jetzt ein bisschen kacke aussieht, muss nicht unbedingt als Endresultat kacke sein, sondern du könntest durchaus deinen Spaß damit haben. Und bei der Figur, klar, natürlich kommen einem mehrere Assoziationen, also wobei man halt sagen muss, dadurch, dass die Maske auch 2016 in den Kurzfilmen, die sieht schon so ähnlich aus. Die hat bloß, also spitzere Zähne und ist ein bisschen mehr in die Länge gezogen, weil ich nämlich auch gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe, hat es mich sofort an Blackphone erinnert mit Ethan Hawke und dachte noch, hab du aber gut geklaut. Dann dachte ich, nee, Moment, halt, da gibt es ja diese Kurzfilme, 2016, naja, okay, aber es passt halt so in diese Richtung und halt klar, Art the Clown kommt einem auch sofort in den Kopf, allein schon, weil halt The Jester nur mit, auch nur mit Pantomime arbeitet. Ja, das stimmt. Und dann sind wir wieder, du hast gerade einen fantastischen Kreis geschlossen, weil du gerade von Blackphone sprichst, das ist ja der Regisseur, ist Scott Derrickson und der hat den Exorcismus der Emily Rose gemacht. So, nur dazu, dafür stehen wir mit unserem Namen als Profis in dem Genre. Du sagst es. Gut, worum geht's denn überhaupt? Und zwar, zwei entfremdete Schwestern werden nach dem Tod ihres Vaters von einem bösartigen Wesen verfolgt, das als The Chester bekannt ist. Der Maskierte treibt natürlich auch an Halloween sein Unwesen und terrorisiert die beiden Schwestern und dezimiert die Kleinstadt um einige Personen. Jo, okay, die Chester-Gedanken hatten wir ja schon abgeführt. Wie fandet ihr den Cast? Mit dem Cast hatte ich ehrlich gesagt noch so das kleinste Problem. Also ist jetzt natürlich alles andere als hochkarätig, aber wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt. Wir haben es hier mit einem B-Movie zu tun, Low Budget. Da kann man jetzt auch nichts Großes erwarten. Und es war ehrlich gesagt niemand dabei, den ich irgendwie vorher kannte. Also alles neue Gesichter und die waren solide, die waren okay. Sie haben getan, was sie tun sollten. Ja, da kann ich mich einfach anschließen. Ich habe mich halt gefreut, dass ich den, wie hieß er? Matt Servitto. Gesehen habe. Vielen Dank. Ja, weil ich den mag. Und Benji, ich gucke Serien fast nie zweimal. Aber Benji habe ich auch schon, noch nicht ganz, aber schon fast ein zweites Mal komplett durch. Und da mag ich den einfach total gerne. Deswegen finde ich... Der ist auch gut. Ja, die Serie ist sowieso... Der ist auch wirklich gut, ja. Ja, so, also ich muss sagen, es gibt ja auch hier wieder einen Vorspann. Den fand ich, ich weiß es nicht. Der auf der Brücke? Teilweise ganz... Ja, genau. Teilweise ganz gut. Ganz gut gemacht. Auch fies. Aber ich hatte, und das war direkt das erste Mal, als sie dann die Chester zeigen, muss ich sagen, vor dieser Kreatur relativ... Da ging für mich nichts Bedrohliches aus. Mein Problem mit dem Intro war, dass es zu lang war. Also da hat man sich viel zu viel Zeit genommen, um etwas so Einfaches einzuführen und zu zeigen. Also das Intro war mir viel zu lang für das, was man gezeigt hat. Ja, ja, stimmt. Vorher war noch ganz viel so rum Telefonierei und Emotionen und so ein Kram, ne? Da hast du recht. Genau. Ja. Auch hier Spoiler. Er tut mir nicht. Ja, das stimmt. Ja, das ist diesmal nicht mehr als Intro, da gebe ich dir recht. Das fand ich auch. Das sah cool aus. Das hat auf ein bisschen mehr... Also es hat Hoffnung gemacht, sag ich es mal. Aber ich muss halt wirklich sagen und ich muss gleich mit dem Holzhammer draufkloppen und muss sagen, also der Film hat keinen Spannungsaufbau, hat keine wirklichen charakterlichen Entwicklungen oder Bezüge. Das fand ich echt furchtbar. Und der hat eigentlich überhaupt gar keinen Aufbau. Und dass an der Story zwei Leute dran geschrieben haben, lässt mich schon wirklich etwas zweifeln. Ja. Vor allem bei der Geschichte, was da geschrieben wurde, ne? Die Charaktere in diesem Film, die sind einem sowas von egal. Also mir war von Anfang an vollkommen wurscht, was mit denen passiert. Das hat mich nicht gejuckt, was oder wer sich wie entwickeln wird. Am Ende hat sich ja auch nichts entwickelt. Und das ist in meinen Augen in einem Horrorfilm schwierig, weil man muss ja ein bisschen mitfiebern, sonst ist es ja egal, wer da gerade stirbt und wer nicht. Ja, da würde ich mitgehen. Das war so ein bisschen... Die haben so ein bisschen steril gespielt, finde ich. Gerade die Hauptdarstellerin. Das war mir ein bisschen selbst für die Art von Film, die wir uns jetzt angeguckt haben, ein bisschen zu platt, zu steif. Also Jocelyn, die eine Schwester, die Jüngere, das fand ich okay, aber da wurde auch überhaupt nicht groß irgendwas erklärt oder weitergeführt oder irgendwie weiterentwickelt. Sondern ja, wie ihr schon sagt, die haben so einfach hingestellt, haben nur das Nötigste außenrum gebaut, aber wirklich eine Verbindung aufbauen und sagen, okay, da wäre echt... Also oder auch diesen Spannungsbogen aufzubauen, dass man sagt, jetzt lauf und um Gottes Willen, dass man sich tatsächlich um die Charaktere ein bisschen sorgt. Null. Was mir auch so ein bisschen, nee, nicht nur ein bisschen, sondern wo ich auch ein bisschen komisch fand, ist, er taucht ja... Also es gibt ein paar nette Kills. Oh ja, gerade am Ende. Und am Anfang. Also die Friedhof-Szene fand ich okay. Ja, das stimmt. Aber da hatte ich mir schon gedacht, wäre es nicht cleverer gewesen, auch den, ich meine, Wish ist ja jetzt out, es gibt ja jetzt Temu, den Temu-Joker-Terrifier-Verschnitt, nicht lieber weniger zu zeigen. Oder zumindest in anderes Licht, weil er ist ja wirklich eigentlich fast, ja, naja, okay, gut, nicht ganz, aber er nimmt schon einen sehr großen Platz ein. Ja, weniger als mehr. Ja, in dem Fall bin ich mir da nicht so ganz sicher, weil er ist in meinen Augen so die einzige Stärke, die dieser Film hat, denn auch wenn man ihn als Verschnitt und billige Kopie in den meisten Fällen abhakt, so sind seine Zauberauftritte teilweise ganz unterhaltsam, ganz lustig gewesen, alles andere als originell, aber es ist immer noch besser als der Rest vom Film gewesen, ehrlich gesagt. Also, ja, lieber sehe ich die billige Kopie ein paar Mal und habe ein paar einigermaßen solide Szenen, als dass ich den einzigen Pluspunkt noch seltener sehe und mich dadurch dann bloß noch mehr langweile. Das ist auch ein Punkt, das stimmt. Ja, also ich finde das Kopieren jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder würde sagen, deswegen gucke ich mir jetzt nicht an, aber sie machen halt nichts draus. Ich meine, seine Zaubertricks und so ist gut, aber ich glaube, wenn man den anders da in Szene gesetzt hätte, hätte das vielleicht eine andere Atmosphäre rübergebracht. Eine andere Geschichte hätte es wirklich gebraucht, einen anderen Ansatz. Lass den Clown, wie er ist, lass ihn machen, was er macht, aber erzähl damit eine andere Geschichte. Gib mir andere Hintergründe, irgendwas. Ja, das stimmt. Aber ich hätte, also was mir, was das Ganze ein bisschen aufgewertet hätte und da bin ich wieder bei Terrifier, weil die Geschichte, das Drehbuch ist auch, ja, so Bierdeckelformat. Gib mir doch ein paar mehr von diesen coolen Kills, also dieses, wo die sich gegenüber sitzen da. War das ein Schützenfest oder was war das? Eine Halloweenparty oder sowas? Die Szene mit den Zähnen und den Augen, dachte ich mir, Alter, ist das fies. Das ist so eine geile Idee. Das fand ich auch geil, aber der Typ ist rennt dann schreiend da durch und da interessiert sich keine Sau für den. Ich meine, wenn man den nicht sehen würde oder sonst irgendwas, wäre es alles in Ordnung, aber den sieht ja jeder. Und dem Typ, dem halt dann die Augen und die Zähne fehlen auch und der rennt da schreiend rum. Das Ding war vorher rappelvoll und ist dann auf einmal leer und keiner interessiert sich eigentlich großartig dafür. Da dachte ich, okay, seltsam. Aber ja, der hat schon seine Momente. Ich finde auch im Supermarkt, das mit den Polizisten, das fand ich auch gut. Und jetzt auch nicht irgendwie mit billigen Effekten gemacht, sondern da gibt es auch schöne Handgemachte. Ja, das gibt es und das ist vielleicht das, wo der Film seine Stärken hätte ausspielen können, wenn er sich gesagt hätte, okay, wir machen hier, man muss sich ja nur mal diese ganzen Illusionisten angucken mit ihren Tricks. Und wenn man sich die nimmt und da halt diese Kill-Szenen draus macht, da gibt es doch einiges. Also da hätte man ein bisschen mutiger oder kreativer vielleicht sein können, weil das, keine Ahnung, irgendwas, der zaubert irgendwas aus dem Hut und dann fehlt dem anderen irgendwie ein Finger oder keine Ahnung, weißt du, oder tatsächlich auch das Auge rausgerubbt oder keine Ahnung. Oder die Szene mit dem Apfel. Ja, genau. Seht ihr, und wir haben ja prägnante Szenen hier drin, über die wir uns unterhalten können. Ja. Aber da fehlt noch dieses Plus X, was Terrifier hat. Und ja, viele finden vor allem den ersten auch doof. Ich ja nicht oder wir ja nicht. Zumindest Sven und ich nicht. Ich weiß gar nicht, Werner, war das bei dir? Ich finde den zweiten doof. Der war viel zu lang, viel zu blöd mit dieser Magic-Seite. Der erste Teil war noch stimmig. Ab jetzt sind wir nur noch zu zweit. Danke, Werner. Leben dir wohl. War schön mit dir. Ja, okay, kann ich aber verstehen, absolut. Nachvollziehen. Und der hätte so ein Geheimtipp werden können, aber da ist er leider wieder mal, hat er die falsche Tür genommen. Ja, wie Werner ja schon sagt, wenn man da eine Story außenrum gemacht hätte und zwar eine wirkliche Story. Ich meine, da brauchst du dir ja jetzt nicht wirklich mega Mühe zu geben, sondern du nimmst einfach, was du schon kennst und bastelst da halt was außenrum. Dann hätte das Ganze wahrscheinlich auch deutlich besser funktioniert. Und ich bin jetzt sowieso dafür, dass man Stoner wie Jungfrauen behandeln sollte. Und die gehören nicht getötet und auch nicht erschreckt. Das ist sehr furchtbar. Das stimmt. Ich habe keine Ideen bei, aber inszenatorisch ist das einfach nichts. Also da, da, da frage ich mich als, okay, das kann doch nicht. Also natürlich denkt man immer, ich könnte es fünfmal besser, um Gottes Willen. Aber da ist halt, da fehlt halt echt alles. Also da fehlt ein Spannungsaufbau, da spielt, da fehlt ein Aufbau, wie man die Charaktere einführt, wie man die Charaktere, ich brauche auch nicht mal eine immens große Weiterentwicklung bei einem Horrorfilm, um Gottes Willen. Aber, dass mir die Charaktere so scheißegal sind und ich über die nichts weiß und zwar gerne ein bisschen mehr wissen würde, aber ja, da, da stimmt einfach hinten und vorne nichts. Ja. Ja, von der Magie abgesehen stimmt hier nichts. Ja, und das, was halt Thornton kann mit Terrifier, was ihm halt auch wirklich mega gut gelingt, ist halt diese Pantomime und der ist einfach, den finde ich einfach bedrohlich. Der kann das einfach gut transportieren und das, ich bin ein freakischer Clown, aber übrigens, ich habe einen Sack dabei mit ganz vielen krassen Werkzeugen, die dir nachher ziemlich wehtun werden. Ja, das fehlt mir hier und ich glaube auch wirklich, was ich schon gesagt habe, wenn das inszenatorisch ein bisschen ausgefeilter wäre, hätte das durchaus was werden, also hätte das durchaus was werden können. Ja. Potenzial verschenkt. Ja, okay. Aber. Habt ihr noch was zum Draufschlag? Ja. Ich würde mir einen zweiten Teil tatsächlich anschauen, muss ich zugeben, denn wie gesagt, ich finde diese Ideen, diese Idee mit dem Zaubern an sich, wenn der mal irgendwie was macht, dann ist es lustig, dann hat es Spaß gemacht. Es waren zwar nur wenige Minuten im ganzen Film, aber davon hätte ich mir so gerne mehr gewünscht. Und wenn ein zweiter Teil kommen sollte, dann würde ich ihn mir mit der Hoffnung, dass es mehr davon gibt, wirklich anschauen, obwohl ich diesen Teil nicht gut fand. Ich glaube sogar, er hat es vor. Irgendwo habe ich nämlich auch gelesen, dass er tatsächlich irgendwie Chester 2 und dann ging es dann, glaube ich, keine Ahnung, ob das wirklich aktuell ist oder ob das einfach nur ein Fake war. Da ging es, glaube ich, auch um Origin oder irgendwas. Und ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt mal ein bisschen draus lernst und einen guten Aufbau reinkriegst, dann könnte das tatsächlich was werden. Also ich würde mir auch einen zweiten angucken, weil diese Zaubereinlagen, auch mit den Kids, das fand ich ziemlich fies. Ja, ja. Und das auch gut, aber ja, vielleicht weniger Chester und auch einen richtigen Showdown. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber darauf hat sich die Auflösung. Ja, ich habe ganz vergessen, diese Auflösung, die hat mir auch nicht gefallen. Ja, richtig. Die ist auch furchtbar, ja. Ja, ja, ja. Oder fandst du die gut, Werner? Nee, nicht wirklich. Also das gehört auch zu der Kategorie Potenzial verschenkt. Ja, soll mal die Kiste hier zumachen, bevor es eskaliert. Machen wir die Kiste zu. Okay, habe wir Alternativen. Magic Fingers. Magic, Magic Werner. Magic Werner, hau mal ein paar Alternativen raus. Was so im Sinne von The Chester würdest du Leuten empfehlen? Also ich würde tatsächlich Terrifier 1 empfehlen, denn auch wenn ich den zweiten, wie ich gerade eben gesagt, nicht wirklich mochte, der erste, den fand ich tatsächlich stimmig. Der war jetzt auch nicht wirklich gut, aber er hat so seine Momente, seine Ansätze, seine Atmosphäre, wo ich mir dachte, ja, das hat Potenzial, ja, davon möchte ich mehr. Und ich freue mich da definitiv auch auf den dritten Teil, obwohl der letzte mich enttäuscht hat. Und ja, daher Terrifier. Und ansonsten kommt ja jetzt Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Vielleicht wird das ja ein Geheimtipp. Ja, stimmt. Oder das Pooniverse. Ja, da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Lachen. Ich bin mal gespannt auf den zweiten Platten, Honey. Also den ersten fand ich total, also das ist furchtbar, kompletter Murks. Aber der Trailer vom zweiten hat mich tatsächlich ein bisschen angesprochen. Da gibt es ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, uh, da bin ich mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Okay, Taylor, hast du noch Alternativen? Ja gut, natürlich Terrifier haben wir ja gerade gesagt. Eins und zwei für mich. Dann, wenn wir im Low-Budget-Bereich bleiben, möchte ich vorsichtig empfehlen, einen Film, den ich jetzt hier natürlich nicht erwähnen möchte. Aber der Killer hat eine Chrommaske auf. Chromesky wird der genannt, der Killer. Und wenn wir keine Werbung machen, dürfen wir jetzt, glaube ich, den Namen sogar sagen, oder? War das nicht so? Ja, eigentlich schon. Das ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, was du mit einer scheiß Story, mäßig guten Schauspieler, aber überragenden Effekten und Kills machen kannst. Das muss ich einfach sagen. Ja, und dann guckt euch einfach sowas wie Hatchet an. Guckt euch Thanksgiving, der jetzt von Eli Ross kam. Oh ja, der hat Spaß gemacht. Ja, alles Sachen, die mir besser gefallen haben. Gerade Thanksgiving habe ich tatsächlich schon zweimal gesehen. Einmal Kino, einmal zu Hause. Ja, das sind so die Sachen, die ich empfehlen würde. Und Terrifier 3 natürlich, dann bald, irgendwann. Bitte unbedingt. Ja, das wäre so das. Ich habe mir noch Blackphone aufgeschrieben. Gute Terrifier hatte ich auch drin. Chromeskull auch. Ich habe noch TCM drin. Also Texas Chainsaw Massacre, einfach wegen Maske. So auch der letzte, der auf Netflix war, der hat mir ganz gut gefallen. Ja. Der hat ordentlich Gore, der geht nicht zu lang, der hat Spaß gemacht. Ja, gut, ansonsten die üblichen Maskenfreaks. Michael Myers, Halloween, Scream. Ja. Auf Chester, wie gesagt, gucken wir mal. Vielleicht werden wir nächstes Jahr den zweiten besprechen. Schauen wir mal ab. Äh, warten wir mal ab. Schauen wir mal ab. Warten wir mal ab. Terrifier 3, ja, natürlich. Freue ich mich auch drauf. Ich habe es letztens gelesen, er hat gesagt, sie hätten schon die krasseste Szene im Kasten. Da bin ich echt mal gespannt, weil Schlafzimmer war schon bitter, was jetzt kommt. Also ich persönlich glaube, sie werden wie aus dem Trailer sich nicht so an Kids vergreifen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Trailer sollte einfach nur richtig Schiss machen. Genau. Einfach die Menge noch mehr aufpeitschen und dann schauen wir mal. Ich hoffe, er ist im Stil vom zweiten. Mir hat nämlich die zweite vom Stil her sehr, sehr gut gefallen. Ja. Einfach weil dieses Fantastische mit reinkam. Hätten sie den zweiten im Stil vom ersten gedreht, wäre ich nach der Schlafzimmer-Szene wahrscheinlich ausgestiegen, weil das einfach zu arg diesen Realismus-Pseudo-Snuff-Lehrer hat. Ja, ja, stimmt. Also das wäre mir dann zu arg gewesen und da wäre ich dann auch raus. Aber wenn sie das so weiter beibehalten und auf übertriebene Tom und Jerry Gewalt setzen, bin ich da dabei. Da freue ich mich drauf. Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon durch für heute. Länger gebraucht, als ich gedacht habe. Aber, ähm, ja, ich mache da mal die AdMod. Ihr findet uns überall, wo es Likes gibt. Wir haben eine eigene Homepage www.tele-stammtisch.de. Da gibt es alle Folgen. Es gibt uns auf YouTube, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Kommentiert, liked. Schreibt mal drunter, was wir uns angucken sollen. Ich verabmied mich schon mal. Ich verabschiede mich schon mal und dann dürfen es die Jungs auskämpfen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Setzt eure Masken auf und wir sehen uns bald wieder. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Aplausos. 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 Aplausos.